Das ist vermutlich der Eingang zu Sektion 3. Sieht nicht so aus, als ob wir die Türen greifen. Sicher kann man sie irgendwie entriegeln. Lass uns mal suchen. Okay. Lasst uns mal suchen. Aber erst machen wir uns ein bisschen frisch. Ah, na. Ich glaube ich brauche erstmal nichts. Sieh mal, unten kommt man jetzt auch weiter. Sagen wir Cloud Bescheid. Cloud, hörst du mich? Die Tür zu Sektion 3 haben wir gefunden. Aber sie ist noch verriegelt. Verstehe. Hujo hatte doch was von Vorbehaltungen gesagt, nicht? Ich denke, wir müssen das da bedienen. Das zentrale Kontrollterminal. Könnte sein. Wir haben hier gerade etwas bedient. Kommt ihr jetzt vielleicht weiter? Lasst es uns herausfinden. Verstanden. Wir gehen zum zentralen Kontrollterminal. Wartet, bis ihr von uns hört. Was untersucht dieser Spinner hier eigentlich? Das Unheil, das aus dem Wald kam. Dieses und jenes. Für Hujo ist es etwas wie sein Lebenswerk. Verschone mich mit diesen Märchen. In dieser Einrichtung arbeitet man daran, genetische Informationen von Genova auf Lebewesen und Maschinen zu übertragen. In der Hoffnung, sie stärker zu machen. Und Hujo scheint uns zu benutzen, um seine Experimente zu vollenden. Hä? Dieser Mistkerl, was bildet der sich ein? Die Wesen hier sind zum Sterben, verdammt. Erlösen wir sie. Nichts lieber als das. Ich kann das nicht. Wow. Was bist du denn her, Alter? Was bist du denn, also Nein? War das schon angesodelt. Wer geht? Das ist nicht so. Nichts zu überstürzen. Nicht übertreiben. Nicht übertreiben. Bringt mir die Köpfe zum Rauch. Fühlt mich wie neu geworden. Du bist am Zug. Wir werden von nichts Zeit machen. Bis wir am Ziel sind. ... Come on bruh. Come on. Give it. Kein Schalter in Sicht. Hier geht es nicht weiter. Ich verstehe. Ähm... Tifa und Ares waren vor Sektion 3, oder? Vier Hebel. Für die vier Sektionen in der Walze. Was passiert? Transfusion initiiert. Transfusion initiiert. Stichproben-Test im festgelegten Bereich beginnt. Sagt den beiden Bescheid, dass sie losgehen können. Aber sie sollen dabei vorsichtig sein. Okay? Tifa, bist du da? Wir haben das Kontrollterminal bedient. Die Tür soll jetzt offen sein. Drin sind wahrscheinlich Versuchsobjekte von Hojo. Seid auf der Route. Danke. Wir sehen's uns an. Alles. Drin sind. Drin ist. Drin sind. Wow Really? Oh Kannst du übernehmen, dass das mir... Kein Ende Das war's dann wohl Was haben die hier wohl gemacht? Das macht mich irgendwie traurig Das erinnert mich eher an Resident Evil, als dass es mich traurig macht Und das ist nicht gut Das ist nicht gut Come on, bitch Come on Ah, ich sollte dir Feuer geben Ich blick los Ja, mit Oh Hap Oh Hap 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 Na? Viel Erfolg Ich blick sofort Facji Kurs und Schmerежду Der ist in mich Flieg nicht davon Wechsel Ja, war los. You know what, uh, wir werden... Yeah, wir geben dir Frost, yeah. Oh, rich bitch, Alter. Come over here! Ja, guck, ich zähl, auf der bin ich jetzt drin. Übernimm du, es geht los! Ah, es wird stürmisch! Super, Mann! Ja, flieg, zack! Ich blick los! Ja, guck! Das hat geklappt! Ja, guck! 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 Ja... Okay, one down. Come over here, bitch. It's so styrmisch! I've got it! What do you mean to protect my wounds? Here it goes. Wait. Wait a moment, please. Yeah, wir sind ja von da oben gekommen. Okay. Okay. Naja, er hat nice slots, aber mehr auch nicht. Wo ist die fucking Leiter? Vor mir, okay. Hinter mir, aha. Wir wollen ja möglichst alles absnacken, was hier rum... ...lugert. 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 Wie ich Professor Hojo hasse. Nicht nur du, nicht nur du. ...lugert. 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 Ich hasse diese Schichter, also. ...lugert. 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 Ich bin gerade am überlegen, ähm, welcher der richtige Weg war. Ha! Ich glaube, das hier war der optionale Pfad, oder? Ja. Gib it to me. Gib it, baby! Äther, nice. Ja, okay. Ja, okay. Ob man unten jetzt auch lang kann? Cloud? Ja. Wir haben hier gerade einen Hebel bedient. Damit sollte der Weg für euch ebenfalls frei sein. Schön, dann sind wir jetzt an der Reihe. Bleibt wo ihr seid. Wenn was ist, melden wir uns. Okay, seid bitte vorsichtig. Okay, wir müssen also zu Nummer 2. Transfusion initiiert. Transfusion initiiert. Stichproben-Test im festgelegten Bereich beginnt. Oh, baby. What's this? Megatrank, nice. Was? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, dieser Mann. Oh mein Gott. Okay, mein Freund. Blitz. Hat der Gewitter benutzt? Oh, da ist noch eine scheiß E-Drohne. Okay. Äh, Konto? Yeah, baby! Damn! Das Teamwork oder was? Wie fühlt es sich an, wenn einem die Lieblingsspielzeuge zerstört werden? Immer wieder ein Erquicken des Vergnügen, dessen ich wohl niemals überdrüssig werde. Hahaha. Nun, so weit, so gut. Dann zum nächsten Test. Yo, ich musste mir kurz ein neues Bier holen. I'm very sorry. Not. Okay, ich denke, wir werden Barret mal ein bisschen auffrischen hier. Yeah, baby. Yeah, baby. Hey! Entschuldige die Störung, Arschloch! Aber du hast bei mir noch was geholfen. Kapierst du es nicht? Beginn des Test. Wart uns, Personal, bitte ankommen. Beginn des Test. Was ist das für Hexerei? Okay. I understand. So, dann sei mal schön mit zu meinem Spielzeug. Das ist der Kochtopf of Doom. Neuer Gegner? Okay, bitch. Come on. Okay, bitch. Come on. Hochspannung! Not an ihn! Roger, ich übernehme! Ich weiß alles? Ich spreche doch nicht hier! Bitte, sagte. Noch mal kurz ne Pause. Ich fass uns. Ich war so langsam. Jetzt liegt es an dir. Los, das ist nicht jetzt. Na, komm, Rutsch! Wie schmeckt ihr das? Jetzt hast du mit hier! Und tschüss! Doch, bitte, die Augen aus den Scherben! Du bist kurz verschwunden. Du musst durchhalten. Das tut weh! Ich meine, die Augen aus den Scherben! Ich spüge dich. Du bist kurz. Du bistOOM- Ich spüge dich! Ich spüge dich! Ich spüge dich! Was war das? Wo ist er? Tut mir leid. Er ist in Kommen. Mobiler Kopftopf. Nach was hast du denn aus? Okay, der letzte Kampf war schräg, Alter. Ich glaube, ich muss unbedingt irgendwo. Oh, uh. Ich probiere dich um zu resten, oder? 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 Du bist in den Griff. Ich probiere dich um zu resten, oder? Ich probiere dich um zu resten, oder? Heilige Scheisse! Er kocht abwieder! Wollt wohl nicht Spielzeit genannt. Sag ich doch, dass es ein Kochtopf ist. Warum glaubt mir denn kein Mensch? Okay, come on, bitch. Ich zieh was Stürzen! A vocal barren des Falles! Ah! Eing für die Köpfe zum Haus! Der von der Köpfe zum Haus! Der von der Köpfe zum Haus ist weg! W-W-W-W-W-W-W-W-W? W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W? Der von der Köpfe zum Haus? Was ist denn? Cthulhu, 2.0 eventuell Oh mein Gott, Alter Ok, Schwertsturm erstmal ins Gesicht, würde ich sagen Was ganz nice wäre hier in diesem Kampf, ist äh Konterstellung Wenn einer angreifen würde Ihr Fotzen, Alter, warum greift denn keiner an? Äh Schmeiß mal eine Elixie, Alter Oh, Baby Giftmüll Jetzt Konter Nope Das war ein Massaker, Alter Das war ein fucking Massaker Tja, langsam wird das alt Cthulhu, ist nichts zu sehen Lasst uns den anderen Bescheid sagen Oh, Sektion 4, was? Um die Tür zu öffnen, müssen wir zurück zum zentralen Kontrollterminal Zurück können wir nicht Was jetzt? Wir müssen eine Verbindung schaffen Naja, unsere Mädels sind ja in der Nähe, oder? Ich denke Ich schink Ich denke, die Mädels fragen, ob sie zum Kontrollterminal kommen Da drüben ist ein Funkgerät Lasst uns die Mädels fragen, ob sie zum Kontrollterminal kommen Schiet Woa Fuck off, bitches Blitzka? No, nicht mit mir. Verdammt. Jetzt müssen wir schnell machen. Yeah. Ja. Fast genauso schlimm wie die Escort-Mission. Tifa, hörst du mich? Ach, geht's. Red ist nach unten gestürzt. Kommt ihr vielleicht zu ihm durch? Der Ärmste! Schnell zu ihm! Bitte den Weg zu machen! Natürlich. Ich bin der Volk. Ich lege los. Oh, come on! Oh, my God. Tifa, please. Oh, my God. Oh, my God. Händelst du das? Ist alles das hier? Was ist das? Ja! Oh, mein God! Oh, mein God. Oh, mein God. Oh, mein God. Oh, mein God. Was ihr könnt? Können mich hier ganz aufschauen? Entschuldigen! Alter, ich hasse diese Viecher Was ist das? Wow, wo zur Hölle bist du, Mann? Was ist das? 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 Bleib doch! Ich hasse diese Viecher, Alter! Fuck off, bitch! Ich muss mir mehr Mühe geben Red, I'm coming! I'm coming! Da wären wir! Los, wollen wir auf! Was ist das? Die Schmerzen, die Schmerzen sind ... Es ist ein Dramatisch ... Ich bin nicht mit der Schmerzen, ich weiß, was ich kann ... Du willst, wie geht's mit Blitzker? Du willst, wie geht's mit Blitzker? Nur mein Bede ... UUUUH F***, Alter ... Wir f***ern hier ... Wir f***en alle Dinge ... Wir müssen wegziehen ... Nimm das. Wir schaffen das. Schluss mit dem Umflug. Alles okay? Dankeschön. Gut gemacht. Wie weit seid ihr gekommen? Wir haben den Zugang zu Sektion 4 gefunden. Allerdings kann man ihn nur vom Kontrollterminal öffnen. Und von oben aus konnte man nicht hin. Vielleicht haben wir hier ja mehr Glück. Ja, versuchen wir es. Bestimmt sogar. Ähm... Oben war glaube ich nichts mehr, ne? Nö. Sektion 3. Da sind wir vorher rausgekommen. Okay. Gut. Gut. Come on, mate. Come on. Jaunotavix. Seht mal, ein Fahrstuhl. Das funktioniert nicht. Wir haben unsere Rolle. Anscheinend noch nicht völlig erfüllt. Ich kann diesen Hujo echt nicht ausstehen. Es ist nur noch Sektion 4 übrig. Die anderen schaffen das schon. Woow. Ich war gerade... Ich war gerade in Gedanken, Alter. Was ist los? Äh. Ah. Komm schon. Oh, nice. Wir haben... Vitaga. Very good. Oh, baby. Okay, my dears. Äh, Sektion 4. Please. Transfusion initiiert. Transfusion initiiert. Stichproben-Test im festgelegten Bereich beginnt. Äh... Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Sicher nicht. Lass uns Cloud Bescheid sagen. Eva? Ja. Wir haben einen Fahrstuhl gefunden. Verstanden. Sehr gut. Aber er ist momentan außer Betrieb. Vermutlich hat Hujo ihn abgestellt. Sieht so aus. Als müssten wir seinen Plänen folgen und Sektion 4 aufsuchen. Die Tür müsste offen sein. Dafür haben wir gesorgt. Verstanden. Wartet, wo ihr seid. Dann... Lass uns mal zurück zu der Tür gehen. Genau. Das machen wir noch in diesem Part. Hö, hö, hö. Ich krieg keiner unter. Come on, man. Come on. Nicht übertreiben. Roger. Roger. Ich übernehme bloß. Wart die Schürmer auf. Jetzt mag es bleiben. Na dann. Wir lassen den guten Wedge ganz schön warten. Ja. Er hat echt einen an dir gefressen. Kann sein. Der Typ hat sehr gute Menschenkenntnis. Ja. So wie ich. Auf den kann man sich verlassen. So wie auf mich. Das labert die Typen, Alter. Okay. Durch das werden wir ab dem nächsten Part veranstalten. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020